Willkommen zu einer neuen Folge Bluntz Tiddy Battle Ja Passiert wieder Ja, 40 Medaillen, gut, bin ich zur Runden, habe ich nur 30 verloren, wenn ich zu einfach kacke. Und die Gewinne hatte sowieso mal 45% vom Spiel aus. Ja Ja, 45%ige Chance zu werden. Warte Du Fuh 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 Ach, da sind welche durch. Heute wird nur eine Runde gespielt, weil, ja, ich hab eine Stunde ein Video aufgenommen, ja, und das ist weg, 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 das ist weg. Was ist jetzt der Sinn von seiner, was ist jetzt seine Aufgabe? Ja, es heilt überhaupt nicht. Oh, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Das ist jetzt nur eine Verteidigung, ich hab vier Verteidigungen. Seine ist besser als zwei Verteidigungen von mir. Ja, ich hab vier Verteidigungen von mir. Ja, es ist weg. Du denkst du bestimmt, oder, verzeihung, oder scheiße, und jetzt hab ich zwei Sachen, die Platte. Okay. Ja, das ist mein Kommentar zu seiner Verteidigung. Das Problem ist, wenn er jetzt da keine weiße Schaum legen hätte und da eine durchkommt, dann wäre er tot. Vor allem wird man nicht sterben. Ich mache immer noch ein bisschen Nasenbluten. 35? Musik? Jetzt warte ich, bis ich wieder Geld kriege. Und ich sehe mal, ob man, wie er das mit seinem Tamaloon-Situation hinkriegt, außer mit seinem Feuermann. Seit wann werden Tamaloon-Situation so eine Scheiße verteidigt? Oh ne, die kommt da oben schon zu weit weg. Oh, dass ich da gerade eben oben noch jemanden hingesetzt habe. Okay, das ist nicht so gut. Aber hier unten habe ich auch noch vier, die in der Verteidigung sind. Ich möchte es gerne suchen, die nicht zu der Ecke reinkommen. Zu der, wo dieser kleine Minion steht. Ja. Das versuche ich. Aber Luftschaffeer werde ich sowieso nicht zu. Oh ne, ab und zu dem Wasser ist. Den habe ich nur wieder auch vielleicht irgendwie, wenn ich doch durchflutschte, dass sie noch schnell genug Zeit haben. Dann zu können oder die der Ecke vor Ort auch noch dann schnell zu können, um das zu werden. Also die, die davon nicht hingekriegt haben zu können. Ja, gut. Ein dritter davon hinsetzen. Ich kramfte. Oh scheiße, ich habe da nichts getan. Ich habe da mal los. Oh gut. Das habe ich nicht wieder eingesehen, dass der... Ja, gut. Ja, ich glaube, ich bin jetzt noch bei weniger als 45%. Habt ihr euch dieses Video gefallen? Bis Dienstag. Ciao. Leute. Leute.